Hier ist ein Ohr, da ist einer mit der Auraxium-Waffe. Battle Goals hab ich recht. Ja, da muss ich aber gut ziehen. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen. Du musst bis zum unteren Strich. Vorletzter Strich. Na, bringt nichts. Die kommen von rechts irgendwo. Kriegen wir Schaden. Tarnflori. Flori kannst du Tarnflori? Achso, Flori. Tarnflori sagt. Da kommt er gerade zerrissen. Willst du Phantamin hinlegen? Ich hab keine. Ich brauche echt mal eine To-Do-Liste. Was kaufe ich mir als nächstes? Da kann ich auch ein Tutorial drüber machen. Was kaufe ich mir als nächstes? Lange Liste. Oh, hinter uns wieder. Ja. Na, dauernd. Aber der hätte schön getroffen, die Kugel. Stellst die irgendwo hin und machst du auf, oder? Oh, war schon mal weiter. Äh, aber nicht den Berg da runterfahren. Da kommt noch kein Fristbode mehr. Schaff mal schon. Bäm. Bäm. Hehehehe. Ja, jetzt ist ich fest aus dem Weg. Ich repariere mal geschwind. So, repariert. Ist deine auch noch fett? Ja. Ein bisschen. Ja, hab ich grad selber repariert. Ich hab auch noch mal ein bisschen reingehaut. Spawning brauchen wir jetzt hier nicht gerade. Ja, Sicherheit. Stell mal irgendwo abwärts. Eine zur Sicherheit, wenn der Sandy gekillt wird. Weil wir haben ja keine. Eine. Ich hab ja nur eine. Jetzt kannst du mal langsam anfangen zu Tänzchen. Ah, das war die zuerst. Äh, mehrere schwerere Strecken. Ja, ich rutsch grad den Berg runter. So, jetzt hab's ganz weit weggesetzt. Ich bin den Abhang runtergerutscht. Weiter runter geht's nicht, oder? Nee, weiter runterrutschen kannst du nicht. Danach bleibst du stehen. Am besten noch irgendwo in den Keller sitzen. Oh, ich werd beschossen von hinten. Ah, da oben ist er. Was hab ich denn da für nen Scope drauf? Oh Gott, ich brauch Heilung. Oh nee, bitte nee. Ich plane jetzt als zwei. Tu mir das nicht an. Was hat's gemacht? Gott sei Dank, nicht abgefreckt. Nicht abgefreckt. Nicht abgefreckt. Gefreckt. So, ich hab mich jetzt erst mal als Sunny, äh, Sunny wieder repariert. Und jetzt nehm ich meine Spleichte. Da oben tonnt einer rum. Und meint, da muss man unsere Infanterie wegmachen. Alter! Das wollte ich mir jetzt holen. Das glaubst du doch mir nicht jetzt. So, haben wir Angst? Ich. Ich spring mich natürlich mit meinem eigenen C4 in die Luft. Pff. Das wär episch gewesen auf. Das war Epik-Killer. Ich sollte mich mal Epik-Self-Killer nennen. Und dann Videos davon machen. Epik-Self-Killer. Was? Wir haben einen anderen Punkt verloren. Scheiße. Nee, wir haben mich nicht verloren. Das ist irgendwie noch rein. Nein, wir kommen nicht dran. Was hatten wir? Ich hab eine Nachricht bekommen. Bin schon wieder gestorben, natürlich. Willkommen im Club. Äh, Notch. Wir verlieren Notch. Zurück nach Notch. Lass einen Sandi mal da unten stehen und dann. Also wenn du stirbst. Stirbst. Pff. Wenn du stirbst. Was? Äh. Hey, ho. Wo seid ihr? Äh. Ja. Ach, das sind wieder so feige Maxen. Die werden angenehm mit einer Bremse weg. Und wir noch Hälfte Leben haben. Ja, da ist wieder ein Sandi bei uns im Spawn drin. Und macht uns wieder die Hölle auf Erden. Hm. Der wie dieser Scheiß-Dub-Sandy. Was mag ich? Ich hasse dich einfach. Pff. Drei sein sie sogar im Zentrum. Also bin ich jetzt behindert? Ist halt auch schon ganze Zeit Alicou. Ah, die haben unsere ganze Schilde zerstellt deswegen. Haben das jetzt so einfach. Pff. 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 Wie ne Rauchgranate? Hättest du mal so ne Rauchgranate? Nö, aber ich papp da mal 2 C4 drin, ne? Hm. Punkt Kill. Ein Sunder und ein Level 100er. Jawoll. Ein Sunder ist down. Und ein Kill. Das hat jetzt wahrscheinlich meine Rauchgranate mal rein, ne? Das hat's schon mal rentiert. Gleiches Spiel noch einmal. Ja, der Rauchgranate nehmen und dann einfach drunter laufen und dann ein Pazzemin platzieren. Ja. Sobald ich kein... Äh, also sobald ich kein Ding habe, ist mir egal. Ähm, ich nehm noch einen mit in den Trupp auf, aber der kommt nicht aufs TS oder so. Der will nur mit... Ja. Höher kannst du ja machen. Ja. Äh... Gott. So. Wir haben ja... Ja. Wenn er annimmt, ich weiß nicht, was er grad treibt. Naja, hat's angenommen. Er ist grad Sani, auch gut. So, jetzt haben wir das nicht mehr weg. Das ist weg. Jetzt geh ich mal da hoch. Oh, da ist einer mit Auraxium Waffe. Battle Calls hab ich recht. Äh... Und ein gemessert. Oh, das war ne... Das ist ein... Hey, das bin ich nicht. Schießen hier... Affen. Ja. Weißt du jetzt auf, meine Leute zu killen? Leben da immer noch... Oh, die werfen dauernd Heilgranaten. Deswegen kriegen wir die nicht down. Werfen eine Heilgranate nach der anderen. Deswegen. Wir brechen uns da einen ab und die werfen eine Heilgranate nach der anderen. Aber wir haben sie, die haben... Denk jetzt nicht mehr so viele Heilgranaten. Autsch! Eigene Granate. Heilgranate oder keine Heilgranate? Eigene Granate, die mich hier gewischt hat. Ah gut, wir haben die Schild wieder aufgebaut. Eins zumindest. Okay, auch gerade mehr davon. Wir haben das... Ist safe, ist safe. So, und jetzt schnell... Jetzt verlegen und dann schnell zu deinem Sandi und dann... Also, wir müssen ja zwei Minuten warten. Oh Gott, wo haben die Dino... Was denn noch läuft? Hä, wo haben denn die noch in Sandi stehen? Direkt hier unten drunter oder oben drüber? Also, oben drüber kriegst du kein Sandi hin. Kriegst du oft die Verstärkerstation Dachen Sandi? Ich hab sogar schon mal ein Sandi ins Ding geparkt, ins Bierlabor. Ja gut, das hast du mal geschickt, das stimmt. Du musst die auch mal... Ne, hier oben ist... Ja, das ist ganz oben drauf. Was? Er muss oben drauf sein, unten ist er nicht. Ja, aber wo ich bin, ist er auch nicht. Ich bin direkt über ihm, also über den Punkten, auf dem Dach ist er nicht. Unten im Boden ist er aber auch nicht. Also, da ist er bestimmt unter der Plattform, da die zeitliche. Hm, ich hab' ja auch schon alles geschaut. Oh, ja. Aber jetzt können wir jetzt unsere KD aufbessern, hier. Weil es alles nur so Bobbys sind, so Level 100er Noobs. Oh Gott. Geh' schon mal zum nächsten Punkt. Ich geh' schon mal zum nächsten Punkt setzen. Wir stellen mal einen Sandi rein. Ja. Ist nicht despawned. Gut, ähm, wie lange haben wir denn noch? Ah, das sehe ich jetzt nicht mehr. Ja, ich setze hier ein bisschen gar nicht mehr im Sandi rein. Ja, ich komm' gleich rüber. Das müsste ja gleich eingenommen sein. Dann nehmen wir gleich den... Alter... Rein! Warum komm' ich nicht in den Sandi rein? Becks tot, keine Angst. Ja, ich auch. Äh, soll ich dich halten? Ja, wär' ne. Du musst nur schnell ganz kurz das verhindern, dass er wegbrennt. Ach, da bin ich ja. Dankeschön! Ja, wohl, ey. Muss schon mal einen Sandi hochheilen. Ich hab' dir... Ich hab' dir... Ich hab' dir... Ich hab' dir einfach zwei Schuss mit der Bulldog reingedruckt. Die ist einfach umgefahren. Die hat mich kurz vor... Ich bin noch im Weg gestanden. Kurz vorher hat sie mich noch genommen. Ja, ist gut. Was hat's denn dann die? So. Ja, klar. Wir können sich immer noch nicht einnehmen. Ja, hier, eins kenn' ich, glaub' ich, irgendwoher. 23 Sekunden noch. Und dann Capturen und dann Halten. Scheiße, aber wieso mir das halten? So, erst mal C4 an die Türen kleben. Du hast mal bitte mal einen Sandi da in Ruhe. Echt. Bibi kommt um die Ecke. Ich zieh dir erst mal zwei Headshots rein mit dem Kobi. Ah, Ohre... Er ist auch bei Ohre V1. Ja, hab' ich auch alles gerade gesehen. Hä? So, jetzt können wir's Capturen. Und jetzt ist er tot. So, jetzt können sie nämlich da drüben sich so lang einen abbrechen, wie sie wollen. Wenn wir die Station hier haben, ist eh Schicht im Schacht. So, die Tür ist gesaved durch 2C4. Beide Türen. Jetzt hoffen wir, dass er ja mal reinkommt. Epic, pass auf, da kommt eine Max. Na ja, natürlich kommen die jetzt durch die anderen Türen rein. Und Achtung, jetzt kommt eine Max rein.